Cheffe, hast du'n Knarren dabei? Wie'n Knarren? Knarren! Warum? Ach, ihr wollt' mich grad zwei so Idioten ausräumen. In der Red Zone? Nee. Dann sag wo und mach M-Muscle-Meeting-Point. Ich komm' dann mit ihm hin. Schnell. Wo ist das mit dem Mission-Point? Knüppeli. M-Muscle, hier rechts ins Taxi-Unternehmen, bitte. Die Straße jetzt so rein muss. Ja, M-Muscle, weiter. Familie Management und dann steht das da. Eine Sammelstelle festlegen. Okay, ich bin raus. Oh, Digga. Oh, danke. Warte, warte, wir müssen jetzt jemanden knüppeln. Achso, ja, ich krieg' hier grad noch... Ja, okay. Fahr dahin, wo er markiert hat. Ja. Die große gelbe Markierung einmal. Hallo? Ja, bitte? Digga, lass den stehen, ich knüppel den jetzt um, Alter, sonst. Fahr einfach, wir ist wichtiger. Unsere Familie ist wichtiger. Äh... Äh... Ja, warte, Digga, ich bin im Discord noch mit drin, mit meiner Familie. Darfst du nicht sagen, lass das bitte. Also. Also. Ich geb' Gas, ähm... Sagst du D-Funk, okay? D-Funk. D-Funk. Wie bekommt man denn da Nerger? Ja. Metagaming? Pfff, Nummer eins, was wir hier gerade machen. Nummer zwei ist, äh, weil du... ähm, wie nennt man das nochmal? Weiß ich selber nicht mehr. Und Nummer zwei ist das wegen, äh, weiß ich auch nicht genau. Warte, wo sind denn hier die Leute? Hä? Da sind die, die, die mit dem Auto, die müssen noch in der Bank sein. Die sind so zwei Knalltüten mit schwarzer Maske. Ich glaube, wie sind die da reingekommen, dass man Engler ruft, dass man Backmier sehen. Warte, sind die da echt komplett drin? Siehst du jetzt? Ja, 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 los, 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 los. Der steigt immer so ab. Ja, das gibt auf jeden Fall ne 9 von 10, optimal mit dem 6. Warte, kommt her, kommt her, kommt her, das gibt nen 60 Tage Band, das gibt nen 60 Tage Band, was wir hier machen. So, Kollege, wie kannst du denn du deinen Arm so strecken? Jungs, hallo? Hörst, hörst du mich? Der Herr? Der Herr da drinnen. Welchen Muskel steuerst du da an? Pau. Nevermind. Im Auto sitzen und einfach nix tun, das macht der automatisch. Das ist so die Entspannung. Was machen sie denn da drinnen? Ja, warum, wie sind sie reingekommen? Wenn ich mich entspannen, muss ich mal furzen. Aua! Entschuldigung, Entschuldigung. Jungs, kommt doch mal runter hier. Ja, eine Sekunde. Maschloch. Ihr lasst den einmal da drinnen, ein Engel ist unterwegs, was er gemacht hat, ist Bug Music. Nein, wenn du ihn rausholst, hab ich das auf Bodycam, dann bist du Mittäter. Egal. Stopp. Wenn du ihn rausholst, dann hast du auch ein Problem. Ich habe einen Engel gerufen wegen Bug Music. Wenn du ihn jetzt rausholst, bist du Mittäter. Lass es sein. Es ist illegal. Hörst du mich? Hallo? Hört ihr mich? Ihr dürft keinen... Ich habe einen Engel gerufen, wenn du ihn rausholst, gibt es Ärger wegen Bug Music. Fertig. Ganz einfache Geschichte. Kriminelle oder Junge? Ich habe einen Engel gerufen. Ihr lasst den jetzt einfach da drinnen. Es ist egal, wie ich das meine. Äh... Wo ist denn das? Hat er in die gute Arbeit? Hat er in die gute Arbeit gemacht, Jungs? Hörst du dich? 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 Hehehe Hörst du dich? Ihr scheiß Opfer, Junge. Optimal gelandet. Ja, sag ich ja, das macht ihn immer so. Ist der da noch drinnen? Wo ist denn der andere? Ich glaube, der ist vor Pist. Der kommt da ja auch nicht mal raus, der ist ja eingesperrt. Wo ist denn dein anderer Kollege, dein Komplize? Wo ist denn dein Komplize?